Jo Leute und dann mit Willkommen wieder zurück zu Spy Challenge mit Flash immer noch wie immer und bester Hype immer noch wie immer Ja Centus Und der Flash antwortet natürlich mit nem Rülps Ja So endlich und Dann auch nicht besser So beginne ich um endlich meine Folgen immer jetzt Ja Also mit einem schönen Rülpser Boah das ist so ne Dreckshow ehrlich und schon wieder kurz geleckt Ja Stöhne nicht so rum Gar nichts Oh keiner Flyme Ich sag ja nicht wie du rumstöhnst hier ne Bin nicht rum Ich mach mal ein Ja 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 Wie wird sonst gedenkt Ach zwei Stöckle Gut Und sterb Trotzdem nur da Und trotzdem fehlt immer noch ein Kopf Aber das ist immer noch Glück dass die Schweine dich hier angreifen Oh die Schweine Dazu sag ich nur Äh Ich warne dich einfach weiter zu rülpsen Was denn? Hör auf zu rülpsen Mach doch gar nichts Nein du rülps hier rum Was sagst du? Die dreckige Wildsau Was bist du? Nicht ich Du rülps hier rum Wie die dreckige Wildsau Aua Scheiß Blaze ey Aua Boah zwei Wusser Zwei Wusser Zwei Wusser Skelette Komm mal her Ja du kriegst ja nichts getroppt Ist auch immer so Komm mal mit Ich renne wieder durch die Burg durch Ja die Ich hasse wenn die da wirklich auf die scheiß Dinger da rum Oh scheiße Ja das ist so zum Kotzen Komm Komm Wusser Komm her Komm her Komm Beifuß Wusser Beifuß Da hinten ist noch eins Ne Verdammt Immer in die Dinger rein gerannt Wo man dann hochrennen kann Dass die ja nicht runterfliegen können Wenn du dich schlägst Ja du kannst ja auch einfach wenn die halt runterfallen und dann sind die mittig vorm Gang Da passiert ja auch nichts Mach mal Cube Aber manchmal hast du Pech wenn die auf Dass die mit einmal durch den Schlag runterfliegen komplett Dann hast du eh Pech Na mach mal Cube Ab in die Lava Ja Wolltest die nicht noch Energie geben Warte mal warum hab ich das Ding nochmal gebaut Ist hier die Lohnrouten gewesen? Weiß er nicht Oh ja hier hab ich die Lohnrouten gefarmt Genau Wow So was kannst du? Ich hab hier provisorische Farm aufgebaut So was kannst du? Nja Ja die kleinen und mich auch nicht heil dich heil dich heil dich heil dich auch du scheiß garst verpiss dich ehrlich ehrlich und neins und genau noch einmal kaputt geht kaputt die scheiß gast ich auch noch sehen natürlich ja nicht oh schießt er denn das wieder nein jetzt habe ich das wiser skelett runtergekickt die 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 jetzt auch nur weil so ein scheiß skelett da war ja alles voller skelette da jetzt oder wiser skelette normale skelette und fliegskelett beide her auch schade beherrsch dich bitte bei unseren zuschauen ok und tschüss ja nicht und tschüss du musst dich auch bitte beherrschen ich mach doch gar nicht du rülpst die ganze Zeit rum Autsch boah ey boah ist das für ein Lied weg hier weg hier weg hier stirb nein ich stirb nicht vergiss es das hättest du wohl so gerne ne oh ja ja war ja klar das war ja klar du bist so gemein zu mir du bist so gemein zu mir nein bin ich nicht ich bin immer nett zu dir hi skelett komm her hi komm her aber hier war auch ein Reza-Skelet die wollen mich alle verarschen hier haha die sport immer boah ey das geht einfach auf die Nerven das geht einfach auf die Nerven dass man so'n Scheiß reinnehmen muss ehrlich ja ja der Beacon alter der ist das ist das Nervigste ja das ist jetzt mein letztes essen verdammter Mist boah ich brenne ich brenne oh zwei Wizzers oder drei drei Wizzerskelette vier ja wir wollen es jetzt wissen ne ja wir wollen dich jetzt killen das könnte wohl auch passieren ja wenn ich nicht ein Diamantschwert hätte und keiner dort im Kopf alter kein einziger ja kennt man doch ne ich brauch unbedingt Loot drauf dann gehört sich die Chance ja hab ich auch drauf naja toll aber ich hab dort einen richtig schnellen zweiten gekriegt ja es gibt ja ne bestimmte Rate wann du ab wann du einen kriegst Alter ist ein Pigman grad runter geflogen von oben hohoho ja hab ich auch krass aus ey ich guck nur Ansonster und weiter weg siehst du einfach nur den runter fliegen ja so o hey wir haben das Delay ey kommst du so das dann kein Essen mehr das ist natürlich nicht geil doch geil 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 doch mal alter blaze nein 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 ich habe noch anderthalb herzen kommt bei fuß das ist ehrlich das schlimmste ich gehe jetzt zu hause paar dinger killen ich habe kein bock mehr und ich kann nicht mehr rennen ich habe kein essen mehr mann 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 flash ist so schlecht nee ich bin ich nicht weil ich habe mir damals den gang dahin gebaut anscheinend ja cool das ist so lange schon her dass man das gar nicht mehr weiß ne ich weiß gar nicht was der erste ritt in der hölle war keine ahnung warum ich hier nicht weiter gemacht ich auch nicht ach so ihr kam lava runter nein hier kam lava runter eins von beiden eins von beiden hallo ja es war nur ein blaze hier drin ich glaube es ja nicht komm so wenn ich jetzt hier weiter gehe boah ey das könnte passen aber mit einmal kommt ein visor skelett um in die ecke ja und hast du wenigstens wieder gefunden ja das stimmt und blaze gekillt jetzt will mir trotzdem noch fünf putten boi und die fehlt immer noch ein köpfchen und kopf fehlt mir auch noch ja das stimmt na jetzt noch mal lava 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 man jetzt häng ich die ganze zeit in der hölle rum naja ich geh jetzt zurück wie gesagt die erstmal leveln ja ich bin level 31 ja dann würde ich mal zurück gehen dein schwert mal verzaubern vielleicht ach so warte mal wenn ich jetzt gleich rechts rum gehe muss ich rechts oder links ne boi und jetzt da lang dann habe ich gleich keine axt mehr keine pickaxe mehr das ist natürlich blöd komm die pickaxe muss so lange noch reich da hinten hin komm schon ja den krieg ich eh nicht mehr da so jawoll von hier aus kann ich direkt durchgehen also vier blaze toller habe ich jetzt schon mal fünf ja weil hier in die gänge sind aber welchen ne ja wenn ich das schaff dann kill ich die natürlich ne so das ist schon mal geil von da aus direkt dahin laufen ich weiß gar nicht viel blaze ich insgesamt habe fünf habe ich hier und vielleicht eins zwei zu hause ja wie gesagt sechs tränke ne ja sagst du ich mache aber ein paar mehr wegen stärke tränke noch ja wie gesagt man ja ist gut ja ist ja gut kleines kleines mädchen und du biatch ja biatch nee also ich habe das schon zu dir gesagt nein hast du nicht habe ich nur das weißt du jetzt nicht das behauptest du einfach nur mal so aber das ist aber alles so stimmt okay hoch gay okay nein hoch gay bön 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 zentos on fire ja das ist böd wenn du hiermit einmal nicht mehr weg kommst weil weil blaze dir den weg versperren ach rei nicht rum ja komm ich brenne jetzt und schnell killen ja komm ich brenne jetzt und schnell killen so voll und drei stück pass auf jetzt gehe ich aus der hölle raus dann ist alles arsch dunkel so normal ne hell 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 sunshine sunshine waggle na 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 und 80% used memories so ich kann jetzt f3 wieder ausmachen renn renn das ist geil wenn du schaden spielst und grad springen willst klack und dann springst du gar nicht erst das ist so mies warum ist ein pferd draußen von mir okay boah erstmal heilen erstmal heilen na ku wo willst du hin ich glaub das ist nicht dein ernst dass du aus dem gutter rausfällst okay ich hab wieder reingeboxt oh mein level 12 bin schon wieder bei 13 minuten joo psch psch kesein so erstmal Essen einpacken boah wird die Zeit vergehen ne 6 hab ich auch 6 und 2 Lohnstopp hab ich sogar noch zusätzlich also bin ich gut ausgewischtet also bin ich gut ausgewischtet ausgewischtet das bist du aber auch noch sonst weise ja komm riskiere ichs oder riskiere ichs nicht boah ich riskiere grad hier echt mein Leben ach dein Leben was willst du ich warte halt bis die Nacht fertig ist jetzt muss ich echt erstmal regenerieren wie geht wenn du wöch activieren muss ich nicht regenerieren aber trotzdem renne ich hier wieder um Oh ja, jetzt sammelt ich 14 Minuten. Ja, komm, ja. Hey, hab ich ja noch Gold. Gold, Kohle, komische Steinschwerter hier. Komm, bei Fuß. Keine Menschheit braucht. Außer Zendo sammelt gern Steinschwerter. Nö. Er sammelt allgemein Schwerter. Nö. Der Flasht, der Flasht, der Lava, so ein Scheiß. Nein. Ein Scheiß. Ein Scheiß. Da ist auch aktuell. Boah, ey. Dann weg hier. existed nach해요. Und jetzt weg. Hab ich denn noch Glas? Genau. Glas. glas glas der flash braucht ja ich tue schon meine trinke vorbereiten macht das ich könnte ein paar schnelligkeit trinke machen ich würde mal sagen jolo und bis später